Hearthstone, Heroes of Warcraft Karten verwenden. Keine von diesen extravaganten, epischen und legendären Karten. Denn die gab es früher nicht, Freunde. Damals waren die Gummistiefel noch aus Holz. Und wir haben hier ein Deck. Und zwar habe ich mir ein Paladin Deck gebastelt. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ich habe das jetzt erst ein, zweimal ausprobiert. Hat gut funktioniert bisher. Ihr seht schon. Aber wenn ich das Ganze aufnehme, dann geht es meistens nicht mehr so gut. Aber wir schauen erst mal. Wir haben drin, zweimal Heldenopfer, zweimal Segen der Macht, zweimal Segen der Weisheit, dann Steinhauer Eber zweimal, Argentum Beschützer einmal, Blaukiemenkrieger zweimal, Friedensbewahrer zweimal mit dabei, Wolfsreiter zweimal, Erzilber Champion auch zweimal mit von der Partie, dann Gleichheit zweimal, zweimal Hammer des Zorns, zweimal Segen der Könige, zweimal Weihe, zweimal Gesegneter Champion, einmal Rechtschaffenheit und zweimal Wächter der Könige. So schaut es aus. Wir werden wieder drei Partien spielen mit diesem Deck und hoffen, dass wir da mindestens zwei Siege bei rausziehen. Für die, die dieses Deck kopieren möchten, die können natürlich den Deckcode unten in der Videobeschreibung hier nehmen und sich dieses Deck ins Spiel reinkopieren. Ja, Freunde, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ja, wir wissen früher, damals als Halfstone rauskam, kam 1782, war die Welt noch eine andere. Damals hat man sich zum Beispiel noch gegrüßt, zu Beginn einer Partie, weil wir haben damals alle in kleinen Dörfern gewohnt. Ja, das ist, das ist klar. Damals haben wir alle in kleinen Dörfern gewohnt, da gab es diese Großstädte noch nicht. Das ist so eine neumodische Erscheinung. Ähm, da war alles besser. Also wirklich früher, ha, da verdrück ich fast eine kleine Träne. Das waren schöne Zeiten. So, genug mit Märchenstunde mit Rotmec. Äh, wir spielen gegen Crow Wild, ja, ist ein Magier. Und natürlich für uns jetzt eher eine schlechte Wahl, denn Magier, die pingen mir einfach die Diener weg. Aber egal, wir grüßen, wie wir das gemacht haben, früher hier im Dorf. Und dann ist Crow Wild dran. Und, ähm, ja, ihr habt's gesehen, ich will so ein bisschen mit meinen Ansturmdienern, die vielleicht auch schön buffen und dann geht's ins Gesicht, ja. Das ist so ein bisschen das Ziel von diesem Deck. Wir können natürlich jetzt hier auch Rekruten, die das hier mit der Hand rausspielen. Das Schöne ist, ja, wir können da auf Zeit spielen. Und Zeit ist das, was ich brauche. Ich will Karten nachziehen, ich möchte wirklich so, dass ich in 1, 2 Zügen den Gegner weghauen kann, schlussendlich. So. Ja, wir machen da schön weiter, holen uns da goldene Rekruten der silbernen Hand. Ja, so muss das sein. Und dann schauen wir, was der Gegner macht. Der haut auch mit Feuerschlag wieder meinen Diener weg. Ja, ansonsten, Freunde, was gibt es sonst noch so, was wichtig wäre? Ähm, Blizzard hat die neueste Erweiterung angekündigt. Und zwar Akademie von Scholomance, Scholomance, wie auch immer. Und da gibt's auch schon die ersten Karten, die revealed wurden. Und ich werde natürlich da in den nächsten Tagen auch direkt wieder ein Kartenvorschau-Video machen. Ähm, wer das nicht verpassen will, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann bleibt hier auch schön auf Linie. Ja, das ist wichtig. So. Und bleibt natürlich auch auf dem aktuellen Stand. Also, Kartenvorschau-Videos gibt's nächste Woche natürlich. Fangen wir damit an. Ich werde die Karten mir anschauen und meinen Kommentar dazu abgeben. Ähm, macht ja immer einen Riesenspaß. Das ist so ein bisschen, ne, eine der schönsten Zeiten, was Hearthstone angeht. Wobei, ich finde natürlich dann, wenn die Karten gereleased werden, auch immer eine ganz schöne Zeit, wenn man sich selber die Decks dann bauen kann. Aber sich anzusehen, was kommen da alles für neue Karten mit in dieses Spiel, ist schon immer sehr, sehr interessant. So. Wir spielen weiter und zwar hole ich jetzt hier mal einen Friedensbewahrer. Den da müssen runter. Und, äh, holen wir hier noch einen Eins-Einser. Und dann lassen wir das Ganze auch so. Wir haben hier ein Geheimnis. Könnte zerstäubend sein. Könnte aber auch zum Beispiel, ähm, hier Gegenzauber sein. Wie ist alles möglich, wie wir wissen. So, da kommt ein Zwei-Einser. Ist natürlich jetzt blöd, weil der wird auch weggehauen. Naja. Kann man nicht viel machen. Hauptsache, der Gegner braucht hier, verbraucht hier seine ganzen Karten. So, also, wir spielen den mal raus. Ähm, ansonsten, ne. Hammer des Zorns spielen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, wir lassen es. Ich spiele mal Heldenopfer, mal schauen. Gegenzauber ist es nicht. Okay, gut zu wissen. Also, mit Gegenzauber haben wir schon mal nichts zu tun. Heldenopfer opfert sich. Wie es der Name sagt. Die Heldenfähigkeit wird wahrscheinlich verwendet. Hab ich mir schon gedacht. Und ansonsten. Ah, Spiegelbild zweimal. Das ist natürlich jetzt brutal, weil ich da nicht durchkomme mit meinen Ansturm-Dienern. Gut, ich kann jetzt einfach mal versuchen, hier, ein bisschen Schaden zu machen. So. Kommt hier auch noch raus. Und gut ist. Jetzt hab ich schon mal einen Diener draußen. Schön wäre natürlich, wenn der jetzt überlieben würde. Dann haben wir hier für fünf. Verdoppelt das Lieben. Äh, das ist der Angriff. Wäre schon interessant. Aber zerstäuben? Ich weiß nicht. Könnte natürlich auch noch rein sein, ne. Also mit dem direkt angreifen wäre jetzt nicht die beste Wahl wahrscheinlich. So, da pusht's ihn natürlich. Des Grauens. Ähm. Ist halt dann die Frage, ne. Ein Gegenzauber könnte jetzt auch mit dabei sein. Soll ich es riskieren. Das bringt mir zwar nix, ne. Alle Diener auf einsetzen ist auch so ein bisschen mäh. Der hat kein Gottesschild und nix. Drei Angriff. Sind wir auf fünf. Aber der muss natürlich weg. Das ist klar. Das ist klar. Der muss natürlich weg. So, ich versuch einfach mal was. Gegenzauber ist nicht dabei. Gut. Der ist weg. Gut. Kein Gegenzauber. Zerstäuben ist da ganz bestimmt mit drin. Zerstäuben ist da 100%. Und was haben wir denn noch? Schauen wir mal. Ich habe natürlich Decktracker mal wieder nicht aktiviert. Ja, Feuerball. Aber ist okay. Wenn der dafür gehen muss. Stimmt für mich. So. Jetzt haben wir in drei, zwei. Jetzt ist Gegenzauber wahrscheinlich draußen. Schauen wir mal. Gegenzauber. Ja. Schön. Hauste weg. Haben wir das Zorns. Hauste weg. Segen der Könige ist in Ordnung. So. Die Frage ist so ein bisschen, wie viel Gegenzauber hat der schon verwendet? Einen erst, ne? Ja, Zerstäuben ist auch noch da. Das dauert ewig, dieses Spiel. Kann ich euch jetzt schon garantieren. Das wird ewig gehen. Ich müsste irgendwie mehrere Diener aufbauen können. Werd ich auch machen können, aber noch nicht jetzt. Müssen wir erst noch warten. 15 Karten, 13 Karten. Der Kartentod ist bei mir eher da. Gut, das ist jetzt noch ein bisschen weiter geholt. Da ändert sich die ganze Geschichte schon. Ah ja. Ich kann auch noch warten, bis ich da ein bisschen Schaden kassiert habe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten in der Hand. Da warten wir einfach noch ein bisschen. Ich kann ja dann mit Wächter der Könige mir wieder 6 Leben herstellen. Ich habe dann auch noch Weihe. Ja, hier zum Beispiel. Ja, machen wir erstmal nur so weiter, ne? Bleiben wir erstmal einfach. Wenn ihr mir nicht jeden Diener wegpingen könntet mit seiner... Wäre natürlich besser. Jetzt haben wir... Oh, jetzt haben wir hier Geheimnisse des Grauens, Freunde. Mhm. Nee. Nee, nee, nee. Wie machen wir das am besten? Ich muss irgendein... Irgendein... Joa, komm, warum eigentlich nicht? Gleichheit. So. Irgendein Zauber. Das passt. Ich habe ja noch eine Gleichheit in der Hand. Also können wir da noch schön erwarten. 11 zu 10. Da weiter Schaden raus. Gehen wir mal davon aus, dass den nächsten Diener, den ich ausspiele, wird er kopieren. Und dann kann ich auch gleich Zerstäuben verwenden. Dann sind die beiden weg. Das ist eine gute Wahl. Also. Raus. Mit Steinhauer. Wird kopiert. Spiegelgestalt. Ja, ist jetzt nicht so geil für ihn. Für mich schon. So. Wächter der Könige. Raus. Ich heile mich hier um 6. Sehr fein. Dann. Gehe ich damit. Auf ihn drauf. Heißt Zerstäuben. Wird aktiviert. Aha, siehste. Clever Raubback. Uh. Clever. Und 8 Rüstung. Ja, kann er von mir aus machen. So. Dann. Gebe ich mir selbst. Hier. Gebe ich mir Gottes Schild? Ne, gebe ich mir nicht. Ich gebe mir erstmal ein 1-1 heraus. Jetzt schauen wir mal. 3 Schaden. Wie wählen wir denn jetzt 3 mit Blizzard? Okay. So, Blizzard. So verwenden. Risky. Risky, mein Lieber. 9, 9. Klar, er hat natürlich viel mehr Leben jetzt. Im Moment. Aber die hauen wir ihm auch noch weg. Die hauen wir ihm auch noch weg. Und wir können uns ja selber auch noch ein bisschen heilen. So, er kann nochmal 8 Rüstung machen. Dann früh oder später. Aber wir heilen uns ja nochmal mit Segen der Könige. Und, oder, aber, dem Champion natürlich noch ein zweites Mal im Deck. Das ist doch eine interessante Partie. So. Also gegen den Zauber kann es nicht mehr sein. Zerstäuben wahrscheinlich. Ja, haben wir gesehen. Und Rüstung. Okay, also nichts wirklich Schlimmes. Wir heilen uns hier. Der ist wieder unten. Das ist, die Rüstung ist nicht dabei. Das heißt, hier haben wir zerstäuben. Und vielleicht kopieren. Ja, das Kopieren ist natürlich auch möglich. Also Spiegelbild. Meine ich mit Kopieren. Das heißt, ich muss Spiegelbild erstmal ausschalten. Machen wir. Mit Agentumschützer. So. Sehr gut. Da, Spiegelgestalt. Ist draußen. Gegen den Zauber sollte man eigentlich keinen mehr haben. Gleichheit nutze ich noch nicht. Weihe natürlich auch noch nicht. Beziehungsweise. Eigentlich können wir Weihe spielen. Eigentlich könnten wir jetzt eine Weihe spielen. Machen wir. So. Weil er bringt jetzt mit seiner Heldenfähigkeit alleine, bringt er mir keinen der beiden Diener weg. Ein Mana-Würm. Okay. Noch ein Mana-Würm. Das geht alles in Ordnung. Akane Geschosse. Das ist jetzt das Problem. Ja. Oh, ein Feuerball. Okay. Oh, auf meinen Diener. Oh. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Habe ich die zweite Weihe, habe ich jetzt nicht. Hm. Blöd. Blöd. So. Aber nicht schlimm. Definitiv nicht schlimm. Ja, hallo. Nur die Ruhe, meine Liebe. Nur die Ruhe. Was ist denn das jetzt nochmal? Keine Ahnung. Ich hau' den mal weg. So. Setzen den Angriff hier auf 1 runter. Dann. Wir hatten noch kein Schaf, ne? Wir hatten noch kein Schaf. Verzaubern. 5 Karten, 5 Karten. 22 Leben, 28 Leben. Jo, haut er weg hier. Ja, grüß dich, mein Lieber. Aha. So. Und 3 Schaden hier noch. Okay, jetzt eine Weihe. Kau' Kiel kriege. Hm. Ist ja nett. Ist ja gut und so. Aber, äh. Habe ich... Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Habe ich das schon gespielt? Ich mach' das anders. Ich mach' das anders. Und zwar... Wolle ich mir jetzt hier... Den zweiten Blau-Kiel-Kieger. Kann man machen. So, weil mehr Diener jetzt draußen zu haben, ist natürlich ein brutaler Vorteil für mich. Was hat denn der da noch für ein... Ist das die Rüstung? Müsste eigentlich sein, dass er sich Rüstung machen kann, ne? So. Habe ich mir noch einen kleinen herbei. Ich hätte ihm wahrscheinlich eher Gottes Schild geben sollen. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Nächstes Geheimnis. Er muss natürlich die Diener wegmachen. Das ist ihm bewusst. Ja. Das ist ihm sehr wohl bewusst. Ist da noch ein Zerstäuben mit dabei? Ich bin jetzt echt nicht mehr sicher. Ich versuche uns einfach... Zerstäuben. Okay, das zweite Mal zerstäuben. Heißt, ist auch weg. Heißt, ist gut. Und Rüstung. Sehr gut. Sehr gut, Freunde. Jetzt läuft das... Nach Plan. Jetzt läuft das nach Plan. Jetzt kann ich nämlich den hier... Stärken. Das war's. So. Jetzt kriegt er eine Karte. Zerstäuben ist zweimal weg. Spielgestalt ist zweimal weg. Hammer. Jetzt haben wir das. Das sollte jetzt echt kein Problem mehr sein. Also. Wie wollen wir da am besten vorgehen? Hier nochmal plus drei. Ja, dann hier. Auf 16 Angriff über. Ah, Karten ziehen ist nicht so, ne? Ich bin schon erschöpft. Ähm... Ja. 16. Dann nochmal vier. Ja. Dann gehen wir den hier noch. Drei Karten dann noch. Jetzt bloß keine verzaubern. Bloß keine verzaubern. Blizzard. Er friert noch ein. Er friert noch ein. Ja, jetzt wird er den natürlich wegmachen. Uiuiuiui. Freunde, das wird jetzt... Das wird jetzt eine ganz heikle Geschichte. Machen wir jetzt da selber Schaden. Ja, das geht in Ordnung. Das ist jetzt nicht so schlimm. Fügt allen Feinden zwei Schaden zu. So, hier. Den mal raus. Und dann verleihe ich den Dienern Gottes Schild. So. Was für eine geile Partie, Freunde. Was für eine geile Partie. Was kommt jetzt? Ein Beutehamsterer. Natürlich super. Der zieht hier nochmal eine Karte. Er hat nicht mehr viele Karten. Das ist seine letzte Karte. Magierin der Kirin Tor. So. Und das ist eigentlich der Sieg jetzt. Das ist jetzt der Sieg. Weil das holt er nicht mehr. So. Zwei Schaden. Ja, wir haben so gewonnen. Also. Hätte ich gar nicht machen müssen. Huh. Huh. Freunde. Hat funktioniert. Aber wie lange hatten wir jetzt dafür? Fast 20 Minuten. Alter Falter. So. Spiel Nummer 1 ist durch. Wir gehen direkt weiter ins nächste Spiel. Ja. Das Ding ist. Der Magier hat natürlich immer schön schauen können. Dass ich hier keine große Armee aufbauen kann. Weil all meine kleinen Diener wurden einzeln weggepinkt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem anderen Gegner das nicht so der Fall sein wird. Der Druide könnte da auch noch so ein Wörtchen mitreden, was das angeht. Aber der kriegt da natürlich auch Schaden. Jetzt. Der Jäger. Bin ich gespannt. Der Jäger. Ich habe den also sehr stark in Erinnerung. Habe den auch gerne gespielt früher. Will sich jetzt zeigen, wie der sich jetzt hier verhält. Segen der Weisheit. Behalt dich mal. Das ist okay. Ist nicht gut, aber ist okay. So. Ich habe es gesagt. Da grüßen alle nochmal. Früher. Da hat man sich echt noch gegrüßt. Es war schön. So. Komm. Blau Kimminkrieger. Raus und drauf hier. Wir machen direkt da Druck. Wir machen da direkt Druck. Am letzten Mal wollten wir länger spielen. Aber jetzt hier mit diesen Ansturmdienern können wir Druck machen. Es wäre wirklich sehr wichtig, den Decktracker zu haben. Das habe ich da völlig verkackt. Wenn man das so sagen will. So. Ja, der muss natürlich weg. Das ist gar keine Frage. Aber wir haben wieder einen Diener draußen. Ja, Decktracker. Gerade gegen Magier. Auch gegen Jäger. Mit den ganzen Geheimnissen. Da muss man sich im Kopf behalten. Was hat er jetzt schon gespielt? Was kommt da noch? Ich meine, da hat er Sprengfalle. Die Sprengfalle ist natürlich da auch eine sehr gute Variante. Um da Druck zu machen. So. Ich mache jetzt hier erstmal nicht so viel. Ja. Ich möchte da warten. Und schauen, was er denn genau tun will. Wenn er jetzt kleine Wildtiere spielt. Dann kann ich die ja alle mit Weihe direkt weg machen. Okay. Er haut vier Schaden rein. Das ist nicht ohne. Kommt hier noch ein Wildtier? Komm, lass noch ein paar kleine Wildtiere raus. Der Schuss ging daneben. Er hat zu früh angegriffen, oder was? Zuverlässiger Schuss. Okay. Ansonsten kommt da nichts. Alles klar. Ja. Weihe. Jetzt oder nicht? Ich würde sagen, komm. Hau mal raus. So. Dann gehen wir da weiter ins Gesicht. Weil er hat jetzt nichts draußen. Ja. Heilen kann ich mich noch. Echt Silber Champion hier. Ich habe genug Möglichkeiten. Tierbegleiter. Ein 4-4er. Okay. Wird natürlich direkt weggemacht. Dann ist die Heilung zwar verpufft. Aber. Ich habe hier zumindest das Problem nicht. dass ich hier dann noch mehr Schaden kassieren soll. So. Geben wir da 3 Schaden dem Gegner ins Gesicht. Er hat 5 Karten in seiner Hand. Ich habe auch 5 Karten. Dann 6 mit dem nächsten. Ähm. Ja. Könnte schon interessant werden. Wenn er jetzt eine Sprengfalle spielt. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit Rechtschaffenheit zu spielen. Also wir haben da schon Möglichkeiten. Ah. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also komm. Wir hauen ein bisschen raus hier. Den hauen wir mal weg. Auch da wieder. Kriege ich in dem Sinne. Keinen Bonus. Wird ich den jetzt schon? Ne. Das will ich noch nicht. Das lassen wir noch. Melde mich zum Dienst. So. Aber Karten ziehen. Das möchte ich gerne. Aha. Segen der Weisheit. Noch einmal. Okay. So. Jetzt wird er. Wenn er hat. Eine Sprengfalle raushauen müssen. Ich habe ein bisschen Angst vor. Lass die Hunde los. Das wäre jetzt das einzige. Was ihn retten würde. Da. Ist aber nicht ein Problem. Ein Wolfsreiter. Geht mir ins Gesicht. Klar. Das ist jetzt klar. Da haben wir eine Sprengfalle. Auf der Gegenseite. Da ist der Fall natürlich. Absolut klar. Ähm. Mhm. Mhm. Ist in dem Sinne auch kein großes Problem. Damit ich sagen. Ne. Machen wir nicht so. Wir hauen einen. Lassen wir mal weghauen. Das ist kein Problem. Hier. Okay. Stirb der. Das ist nicht das Ding. Dann. 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 Ziehen. Schaden. Müsste er noch machen. Wird er aber nicht machen. Wir hauen das andersseitig weg. Wir geben den jetzt mal Gottes Schild. Wir geben den jetzt mal Gottes Schild. Mit dem angreifen. Ja. Da ist sie. Die Sprengfalle. Geht also. Absolut in Ordnung. Dann habe ich hier. 4, 3, 6, 7, 8. Das reicht nicht. Also müssen wir uns hier auch nicht beeilen. Wobei mal schauen. Was dabei rauskommt. Nochmal. 3. Das sind 6. 9. 11 Schaden. Reicht auch nicht. Also. Da machen wir es halt nicht. Wir geben dem lieber noch mal Gottes Schild. Der soll noch ein bisschen länger überleben. Und dann ist gut. So. 8 Schaden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir jetzt aber hin. Ja. Selbst ein Blaukiemen. Merlock. Ja. Das haben wir. Außer. Ja. Ein Waldwolf jetzt noch. Oder Schlagzugsreiter. Okay. Leiter. Einer überlebt aber. Und das könnte. Der hätte mich. Der hätte mich. Bezwungen. Wenn er mit allem ins Gesicht gegangen wäre. Das waren 1, 2, 3, 4, 5. Mal 2 Schaden. Ich wäre tot gewesen. Er hätte mich gehabt. Aber jetzt habe ich ihn. Oh mein Lieber. Du hättest gewonnen. Er hätte gewonnen. Aber. So habe ich gedacht. So Freunde. Zweites Spiel. Das ging jetzt ein bisschen schneller. Aber auch das ging eine Weile. Zweites Spiel. Zweiter Sieg. Und wir gehen in Partie Numeros Dres. Ja. Mein Latein ist super. So. Gut. Ah. Das Deck ist. Es ist cool. Es macht Spaß so zu spielen. Ich muss sagen. Dieses Oldschool Ding. Das ist einfach meins. Das macht richtig Spaß. Und ihr merkt auch. Der Random Faktor. Der ist brutal kleiner. Ja. als im heutigen Hearthstone. Klar. Gibt es immer. Aber. Es ist nicht mehr so krass. Oder war damals nicht so krass. Also ich habe das Gefühl. Es ist viel. Vorausschauender. Was man da macht. Als das. Was man heute macht. Und man spielt eine Karte. Man hat keine Ahnung. Was geschieht. Da kann. Das ganze Spiel. Gegen einem. Oder für einem sein. Aber. Ne. Das ist so ein bisschen schade. An dem Ganzen. Auch mit dem Grund. Warum ich momentan. Ähm. Auch ab und zu gerne mal. Ein Runeterra spiele. Mache ich auch wieder Videos. Dazu natürlich. In Zukunft. Aber momentan. Ist natürlich schon. Ähm. Mein Let's Play. Diese Integration. Groß. Und mein Livestream. Ich meine. Äh. Hier. The Witcher 3. Ne. Ist äh. Geil. Ist geil. So. Will ich in dein Magier. Freunde. Wir wissen. Was das bedeutet. Der Magier. Ja. Das wird ein längeres Spiel. Wahrscheinlich. Außer er spielt es falsch. Valtraxos. Wir grüßen ihn auch noch. Und ähm. Mal schauen. Wenn er natürlich. Die Armee gedeihen lässt. Dann wird er ein Problem haben. Früher oder später. Aber er scheint. Äh. Hier mit seinen Feuerschlägen. Klare Ziele anvisiert zu haben. Ist auch richtig so. Gut. Wir machen einfach. Brutal. Normal. Weiter. Wie wir sind. Brutal normal. Gut. Der Gegner. Werden wir jetzt das letzte Spiel verlieren. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja. Was haltet ihr von Runeterra? Ihr habt da sicherlich auch schon Videos auf meinem Kanal gesehen. Dazu. Ähm. Schreibt doch mal. Was ihr von Runeterra haltet. Ich muss sagen. Je länger ich das spiele. Umso mehr überzeugt mich das. Auch vom Free2Play Modell her. Das ist absolut fair. Das ist absolut genial auch. Wie das Ganze sich spielt. Also von daher. Bin ich absolut begeistert. Was das angeht. Von dem hier bin ich weniger begeistert. Was mache ich denn jetzt hier. So. Schauen wir mal. Was denn da geschieht. Der kann natürlich mit der Heldenfähigkeit den einen weghauen. Er hat auch noch irgendwie Arcane Geschosse oder so. Die ihm hier richtig heftig helfen würden. Oh. Noch ein Zauberlehrling. Ja. Jetzt geht es aber ab. Ich brauche eine Beie, Freunde. Oh. Ein Feuerball mit sechs Schaden mir ins Gesicht. Das tut schon fast weh. Aber nur fast. So. Das Schöne ist jetzt. Er haut mir hier nicht so viel Dina weg. Das ist wiederum das Schöne. Das heißt. Ich kann jetzt hier aber auf Gleichheit setzen. Dann hauen wir hier die ersten paar Mal weg. So. Wir warten. Was tut er? Arcane Geschosse. Na. Wieder Spiegelbild. Ah. So eine Scheiße. Wasserelementar. Mhm. Hätte ich jetzt die Gleichheit benutzen können. Ja. Jetzt haben wir auch noch hier eine Weihe. Das ist natürlich genial. Ist genial. So. Hauen wir weg. Aber ist mir auch eigentlich alles piepe, schniepe. Egal. Wir gehen da weiter ins Gesicht. Wir haben drei Dina draußen. Das Problem ist natürlich. Er hat Bordklee. Er hat Blizzard. Er hat. Ähm. Nicht Hallige Nova. Aber hier Flammenstoß. Ne. Er hat schon Möglichkeiten. So. Aber wir hauen da auch ganz gut raus. Das ist natürlich gut. Arcane Geschosse. Lass viele überleben bitte. Eins. Zwei. Drei. Ja gut. Einer hat überlebt. Das ist schon mal nicht so schlecht. So. Da fehlt halt noch einen Schaden. Da hatte ich ein Drei Einser. Plus vier. Plus vier. Bedeutet ein Sieben. Fünfer. Würde auch überlegen. Komm. Machen wir. Ein bisschen Risiko. Gucken wir jetzt ein. Gucken wir jetzt ein. Aber warum auch nicht. Er hat fünf Karten in der Hand. Hm. Da ist Verwandlung. Ich habe noch gedacht. Verwandlung muss ja früher oder später kommen. jetzt haben wir schon fast ein Problem. Jetzt friert er mich hier ein. Okay. Oder zumindest ihm den Schaden hier verringern. Dann machen wir hier noch ein Gottesschild drauf. Das kann nicht. Das kommt vielleicht gar nicht mal so übel. So. Und dann gehen wir mit einem ins Gesicht. Weiter Druck aufbauen. Ähm. Die drei Schaden hier. Die lasse ich erstmal noch vorne weg. Blizzard. Ja. Der hat doch Gottesschild gehabt. Wieso ist der eingefroren? Hat er das geändert? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. So. Lass mich Karten ziehen. Wenn der angreift. Das geht für mich absolut in Ordnung. So. Was haben wir denn hier? Wir kriegen den auf sechs rauf. Plus doppelt. Das ist dann zwölf Schaden. Ist natürlich nicht schlecht. Zwölf Schaden. Ist der hier noch eingefroren. Und Feuerball. Das müssen wir uns dann langsam aber sicher heilen. Gut. Komm. Wir machen das mal so. Und so. Und so. Und so. Mit acht angreifen. Kriege ich hier. Äh. Eine Gleichheit. Okay. Aber zumindest kann ich hier noch einen Diener raushauen. Okay. Er muss natürlich jetzt meinen Eber weghauen. Das ist klar. Er hat vier Karten in der Hand. Der Eber muss weg. Das ist logisch. Feuerball. Sind zwei weg. Oh. Flammenstoß. Ei. 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 Böse. 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 Magier. Pfui. Segen der Könige. Arcane Geschosse. Ja. Sind drei ins Gesicht. Ist klar. Oh. Heilige König der. Ja. Einen König hätte ich jetzt gebraucht. Vielleicht kriege ich da noch was. Ja. Aber jetzt habe ich einen Mana zu wenig. Ach du Scheiße. Er darf keinen einzigen Schaden mehr machen. Jetzt ist die Frage. Was zieht er? Kann er mir noch einen Schaden mehr machen? Ich muss die Runde einfach überleben. Diesen Zug muss ich überleben. Dann sieht es gut aus. Wiederum. Reicht das? Vier? Also wenn vier Schaden. Das reicht nicht. Hahaha. Das reicht nicht. Also. Heilen wir uns. Das reicht nicht. Dann. Komm. Hau mal zwei Schaden raus. Das ist draußen. Das ist draußen. So. Herrgott noch mal. Habe ich gewonnen? Drei Karten in der Hand. Er kriegt acht Schaden nicht hin. Er hat Feuer. Feuer, ähm, Feuerball hat er schon benutzt. Zweimal. Pyro-Schlag gibt es glaube ich gar noch nicht. So. Die Frostblitz. Vier Mana, vier Schaden. Kriegt er nicht hin. Die Münze. Ja. Ah. Freunde. Was für ein Karten-Chaos. Ich liebe es. Hallo. Das waren drei Spiele, drei Siege mit diesem Deck. Hätte ich nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Wenn ich damals gewusst hätte, dass dieses Deck so stark ist. Wenn ich damals ein bisschen Ahnung gehabt hätte von Kartenspielen. An hätten wir aber hier mal richtig schön reingehauen, ja. Na gut, damals gab es natürlich, ähm, das ganze Ranked-System und so noch nicht, wie es heute ist. Hätte mir auch nicht so viel gebracht in dem Sinne. Jetzt gibt er quasi auf, indem er nicht mal mitspielt. Ah, was soll's. Wir haben uns auf jeden Fall die Kartenpackung verdient, die wir uns dann gleich öffnen werden. Also, dieses Kartendeck kriegt ihr natürlich, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch rauskopieren, wenn ihr mit dem auch mal spielen wollt. Ich find's richtig witzig. Ja, ich find's richtig geil. Ähm, hatten jetzt eine Menge Spaß gemacht. Gingen jetzt ziemlich lange, die drei Partien. Aber das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Das ist dieses Kartenchaos. Muy bueno. Ja. Um hier mein Retoromanisch auszupacken. So. Bullshit. Gut, wir wollen jetzt aber Karten öffnen. Und ihr seht schon, ich hab hier natürlich vorbestellt, nicht wahr? Die neue Karten, die neue Erweiterung. Wir werden jetzt hier, wir öffnen ein bisschen was. Ja, das können wir uns jetzt gönnen. Wir haben jetzt so lange gespielt, wir haben so gut gespielt. Ich werde hier acht Packungen von der neuesten Erweiterung öffnen, plus zwei Standardpackungen. Ja, wir gönnen uns, Freunde. Es sind ja Sommerferien. Da kann man sich schon mal was gönnen. So, Erlösung, mal der Natur. Ruchloser Unteroffizier und Gedankenraub. Die seltene Karte ist hier Magierin von Kirito. Also wieder jede Menge Staub. Natürlich wird das alles auch bewahrt für die nächste Erweiterung. Dann haben wir hier eine seltene. Wir haben Macht der Wildnis, Kaltblütigkeit, Irrwisch und Lipraknum. Lipraknum, aber Golden und Selten wäre auch cool. Aber Violette Ausbildnerin, ah, muy bueno. So, jetzt kommen wir hier zu den neuesten Karten von der Scherbenwelt. Aber irgendwie, nee, ist das die Scherbenwelt? Nee, ne? Was ist das für eine Kartenpackung? Fluss des Beschwörers, Meisterspionin, Erneuern und Sumpfstrahl. Doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch, doch, das ist hier Ruinen der Scherbenwelt. Priesterin des Zorns. Auch da wieder alles Staub natürlich. Jetzt kriegen wir noch eine legendäre Karte. Bei 10 Kartenpackungen könnte das schon, ah, eine epische, zumindest das. Himmelspirscher des Rachenmahls, dann Geistersicht. Wir haben zwei Seltene, Golden und Selten. Oh, Schrottschleuder, finde ich geil. Finde ich geil. Dann leuchtende Sporen als Seltene. Und die epische Karte ist in diesem Falle Apexisschlag. Nehmen wir. So, weiter geht's. Wir haben eine Seltene und fertig. Gebundener der Aschenzungen als Golden, ansonsten Totemreflexion, Netherwandlerin und Fluss des Beschwörers. Und die Seltene ist hier eitrige Fäulnis. Ihr wisst, ich hab gerne goldene Karten, also... Lass noch ein paar goldene Karten kommen. Oder legendäre Karten, geht natürlich auch. Gefangene Scheusal, Räuber der Knochenmalma, Gefangener Satyr, Rostmühlenräuber und... Verschmelzung. Okidoki. Noch vier Kartenpackungen, Freunde. Was haben wir denn hier? Äh, zwei Seltene. Hand von Adal in Gülden. Sehr schön. Buchband der Gerechtigkeit und entflorene Terrorwache. Und die zwei Seltenen Rudeltaktik und Verschmelzung. Auch hier wieder. Der Staub sammelt sich für die nächste Erweiterung. Selten. Selten. Und fertig. Goldene und gewöhnlich. Ja, die Goldenen, die droppen, ja? Nicht schlecht. Vergrabener Skorpid. Dann erneuern und Raketen aufrüsteren. Und ansonsten Schrottplatz, Koloss und ansteckender Sporling. So, noch zwei Kartenpackungen und dann war's das für heute. Jetzt, komm, lass es golden schimmern im Hintergrund. Einmal selten und dann gar nichts mehr. Vorhut der Knochenmalma, Geistersicht, Netherwindportal und Rott-Schwur-Inziant. Selten. Rott-Schwur-Initiant. So, und gefangene Sonnenkiemen. Okay. Und dann kommen wir zur letzten Kartenpackung, Freunde. Jetzt aber, komm, legendär, legendär. Was haben wir denn da? Eine seltene. Eine epische. Eine seltene. Ah, ist auch okay. So, erneuern und gehilfen der Aldor. Goldene und selten. Nochmal golden und selten. Gefangene Sonnenkieme. Gleich zweimal. Einmal in gulden und einmal normal. Und? Die epische Karte ist hier. Apex, sie schlagen noch einmal. Na super. Alles klar. So, Freunde. Das soll es gewesen sein fürs heutige Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, würde ich mich doch sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, lasst mir einen Kommentar da stehen und abonniert den Kanal, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Rodmeck. Ciao.